hallo leute und willkommen zu einem weiteren kurzen guide video zu dragon's dogma 2 ja es gibt wohl kaum ein anderes spiel bei dem man so leicht abgelenkt werden kann wie in diesem spiel und ich liebe es es kann allerdings auch zu einem nachteil werden ich bin gerade nämlich in folgender quest unterwegs hier das läuten zur ruhe eskortiere oscar und ich bin ein bisschen abseits vom weg abgekommen und bin schon zum zielort gelangt aber oscar war nicht mehr aufzufinden er war einfach nicht mehr da und dann habe ich eine andere quest aktiviert weil ich dachte okay das ist ein bug ich finde ihn nicht er ist nirgendwo mehr aufzufinden und habe dann aber mich kurzfristig entschieden ein lager aufzuschlagen und siehe da oscar zur rechten ist wieder da also wenn du vielleicht mal einen npc verlierst weil du irgendwie abgelenkt bist oder es ja einen anderen weg einschlägt erst mal und den npc da nicht mehr wieder findest dann wäre mein tipp aufgrund dessen was ich jetzt gerade hier erlebe einfach irgendwo ein lager aufschlagen und vielleicht hast du ja glück und der npc erscheint wieder wie es gerade bei mir der fall ist damit es nicht zu kurz wird das video machen wir es letztes mal gemeinsam ich habe noch nicht übernachtet ich hoffe das funktioniert jetzt auch ich hoffe dass der auch nach der übernachtung jetzt auch noch da ist aber das wird ja wohl sein nein nicht kochen untersuchen und ja ich bin froh dass oscar wieder aufgetaucht ist wenn ich dachte wirklich die quest wäre im eimer aber oscar stimmt los okay ja das was passiert ist ich denke da werdet ihr jetzt auch nicht mehr gespoilert werden weil ich das schon erledigt habe zu einem zeitpunkt als oscar eben noch da war da gibt es nämlich die ein oder andere überraschung auf dem weg noch ist aber ich bin froh dass das mit dem lager funktioniert hat ich habe überhaupt nicht damit gerechnet dass wenn man ein lager aufschlägt dass dann der npc wieder auftaucht sehr gut capcom sehr gut es gibt so viele dinge die in diesem spiel wirklich absolut der lüc sind so aus gar wohl wird sein ist bald geschafft und natürlich gibt es auch wie hier wie überall schön kisten und lud auch in dieser kleinen nebenquest ein zauber war glaube ich auch noch hier in dem raum und da sind wir ich habe ich habe es ja eben schon genommen weil du nicht da warst du ei okay i cannot fulfill my duty without it here you are master i hope you like it i found it myself could it be have you found the missing grimoire yes i have you're a wonder sir i'll see to the right presently that should do it eh what seems to be well my hummless thanks sir i swear i'll never shirk this sacred duty again i'd fame reward you for your aid heaven knows you've earned it but i fear times have been rather tough on me oh perhaps you'd accept this key for your troubles i happened upon it on our way here i suppose it must unlock something on this battleground though i confess i know not what still surely it must be grand as the keys of such ornate make i pray it is to your liking sir schlüssel zum alten schlachtfeld und das war's schlüssel zum alten 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 sch